Eines ist komplizierter, anspruchsvoller als das andere. Es sind gewitzige Rekorde dabei, Popcorn fangen, das andere, die gefährlichen Sachen sind Harponen unter Wasser fangen, die sind auch nicht ganz ungefährlich und Falle blind fangen. Also alles Rekorde, die sind nicht zu empfehlen zu Hause nachzumachen. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich vier auf jeden Fall schaffen. Das allererste Rekorde muss in einer Minute 35 Popcorn mit der Hand aus der Luft fischen, dann habe ich den Rekord gebrochen. Also es ist auch sehr Chaos-Theorie, man muss da wirklich reingreifen, das heiße Öl kommt noch hoch, also sehr anspruchsvoll. Ich bin jetzt in diesem sieben Teil, kann ich mit links, derselbe Arm wäre gerade besser. ACHE! ACHE! Heute waren sieben anvisiert und fünf habe ich geholt. Es ist schon mehr als über den Durchschnitt, ich bin sehr glücklich, dass ich mehr als die Hälfte geschafft habe, die anderen werde ich noch daran arbeiten und üben.